und jetzt habe ich überall überall zappelt was ist eklig und wieder um mann ich krieg zu viel brennstoff das ist wirklich gefährliche anomalie was 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 ich will noch keine anomalie hier ach so hier ist wieder so ein giftvieh irgendwo hilfe ach du scheiße hallo was ist denn das ja auch hilfe wo ist ja Da. Gott, Tüße. Achso, ich kann da gar nicht durchlaufen. So. Ja, ich weiß, dass ich jetzt, ich weiß inzwischen, dass ich gestorben bin. Ihr müsst es nicht so extrem zeigen. Alter. Mann. Fuck, ey. Vegetative Anomalien in der Wachstumskammer Ost registriert. So, was ist denn jetzt? Plasma habe ich ja noch ein bisschen gut. Oh Mann, ey. Gefährliche Anomalie registriert. Ja, 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 wissen wir jetzt, wissen wir jetzt. Hallo. Au. Woa. Fick dich, du Bastard. Boah, ey. Jetzt habe ich wieder kaum Medipacks oder sowas, ne? Ein großes habe ich noch. Das kann ich... Ja, ich muss es nehmen. Nützt nix. Und Plasma habe ich auch kaum noch was, ey. Läutens. Ich habe keine Muni mehr. Ich renne ja bald noch mit dem blöden Flammenwerfer rum, wenn es so weiter geht. Wo ist denn das Vieh jetzt? Das nächste habe ich auch schon gehört. Strahlmonie, danke. Brauche ich zwar nicht, aber... Oh, da ist noch eine Kiste. Sogar zwei. Boah, ganz ehrlich, dieser scheiß Flammenwerfer. Ich glaube langsam, dass da eine Fehlentscheidung war, ohne Scheiß. Ich kriege da so viel Munition von, die ich fast nicht benutze. Oh, da ist er... Weg. Oh, Mann. So... Äh, ich muss nach oben, ach so. Na, hallo. Also lass mich mal da raus. Aha. Da sitzt einer drin. Wie soll ich denn da rankommen? Und vor allem, warum misst jetzt sich sowas da ein? Ist ja eklig. Äh, Ebene 2. So. Alter Schwede. Ich bräuchere langsam echt mal wieder einen Speicherplatz, ohne Witz. Ich weiß nicht, wie lange ich aufnehme. Ich brauche langsam eine Pause. Lass mal, danke schön. Da liegt auch noch was. Ein Audiolog und ein Medipack. Na gut, dann wird es erst ein Audiolog bis gleich. Tja, das war der Kollege, den wir eben noch gekillt haben, glaube ich, da unten. Und wie übertrieben er uns gekillt hat, das fand ich echt krass. Ah, nicht um... Ah, Hilfe. Nicht umfallen jetzt. So. Hallo. Oh. Energieknoten. Dankeschön. Jetzt haben wir wieder drei Stück, oder? Ich weiß es gar nicht. Ja, wir haben jetzt wieder drei. Sehr schön. Ach, du... Was zum... Ein Halblättergold, der entschuldigt ist auf jeden Fall hier. Wow, fuck. Oh, Mann. Ich muss nachladen. Schnell, mach, 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 mach. Alter, wo ziehst du hin? Ah. Hilfe. Du scheiß... Aggressives Mäuschen, wie ich dich genannt habe. Alter. Hilfe. Audiolog, ich... Bis gleich. Alter. Hier spricht Tempel. Stellvertretender Chief Engineer. Ich kam hier runter, weil ich Dr. Elizabeth Cross suchte, aber sie ist nicht hier. Eigentlich ist überhaupt niemand hier. Nur noch mehr dieser organischen Scheiße. Ich gehe jetzt weiter zum Schriftdeck. Das ist so ziemlich der einzige Ort, an dem ich noch nicht nachgesehen habe. Organische Scheiße. Das trifft's gut. Ist hier jetzt endlich mal ein Speicherplatz irgendwo. Oh, ich will speichern, Freunde. Das ist langsam echt nicht mehr... Nicht mehr... Alter. Eintritt Schwerelosigkeit. Ende der Schwerelosigkeit. Man muss doch mal irgendwo speichern können. Eintritt Schwerelosigkeit. Oh, Mann. Bäh. Ich wollte nicht schießen. Ich wollte... Was war das? Egal. Hier blubbert alles und ist eklig und... Ende der Schwerelosigkeit. Und da kam ich gerade. Scheiße. Äh... Ja, von da kam ich eben nicht, Alter. Äh... Hier ist laut. Kann man auch nicht kaputt machen, glaube ich. Komme ich da vorbei? So, vielleicht auch erstmal dahin. Ähm... 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 Hier sind Stacheln. Tja... Freundchens. Ich weiß gerade nicht weiter. Ganz plump. Wartet mal eben kurz. Ist hier nicht so... Schade. Ich dachte, hier wäre jetzt so ein Feuerteil. Oh, hallo. Oh. Honk. Nach. Ja, sterbe ich bestimmt. Ich habe jetzt auch nichts dabei, glaube ich. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wie ich weiterkomme. Die habe ich jetzt gerade ausnahmsweise wirklich nicht. Ich glaube, Freunde, es ist ein guter Augenblick, wo man... Ich habe jetzt eine kurze Pause zu machen und ich schaue mal, dass ich jetzt irgendwie weiter zurückgehe und dann speichere und dann mal schaue, wie das da funktioniert. Denn ich möchte auch mal irgendwann durchkommen. Und so funktioniert es schon mal, glaube ich, nicht. Okay, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.